27. November 1982. Republischer Starläufer wegen Mordes gesucht. Vince Lestrade, spurlos verschwunden. Wahrscheinlich in Republiken. Profil Vince Lestrade, Freundin aus Raseneifersucht getötet? Die Zeitung ist unbezahlbar, das lese ich jetzt gerade erst. Okay, nach Vince sollten wir das Ausschau halten und den vielleicht an die ZEI übergeben. Inspektor, Sie sind ab sofort autorisiert, verdächtige Individuen unter Arrest zu stellen. Genau, davon rede ich gerade. Erhören Sie Einreisewillige hinsichtlich Diskrepanzen, um sie unter Arrest stellen zu können. Aber ich weiß nicht genau, wann ich sie unter Arrest stellen darf und kann, aber das werden wir ja schon sehen. Sonst hat sich nichts geändert. Das Transkript lege ich mal dorthin. Mal ganz losgehen. Mal schauen, ob unser Freund heute wieder kommt. Reise, einige Tage, ja. Name stimmt. Es stimmt auch. Ne, die Nummer da stimmt nicht. Ne. Wir haben gleich mal gesehen, was passiert. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt gerechtfertigt war wegen... Ich würde es jetzt einfach mal als Betrug abtun. Scheint alles zu stimmen. Prinz Lestrade, sieh mal einer an. Machen wir. Ein Moment. Ne. Mist. Nein. 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 Scheiße, sagt er. Ja, und tschüss. Er geht in den Bau. Moment, was ist denn überhaupt mit deinem Gesicht los? Gut gehalten, sagt er. Könnte man fast denken. Aber das sind andere Fingerdrücke. Das dauert nämlich immer zu lange. Das kostet uns wohl ein bisschen Zeit, wenn wir die festnehmen lassen. Stimmt, zwei Tage Durchreise, hat er gesagt. Das Siegel ist falsch. Jetzt nicht sicher. Ne, okay. Mal kurz auf die Siegel gucken. Das ist gut. Stimmt. Stimmt. Versucht zwei Wochen, hat er gesagt. Okay. Sehen wir durch. Ausstände statt, der Klassiker. Das werde ich auch nie lernen. Aber bei denen hier kann ich immer. Das klingt immer alles so englisch. Sieht, hat sie gesagt. Ich kann das relativ kurz verordnen und für einige Länder. Denn dort haben die Diener alle so eine eigene Sprache. Sonst klingt alles eher so russisch, osteuropäisch. Dort hat er so englisch bei den blauen. Dort der Vostok. Bei unbegrenzt hat er das gemacht. Verstehe ich nicht, wie ich das... Verstehe ich nicht, wie ich das... Verstehe ich nicht, wie ich damit anfangen soll. Ja, tut mir leid. Geht aber leider. Die Einreise nehme ich rum. Ich weiß, dass der Mann gerade durch ist, aber... Tut mir leid. Das ist jetzt noch nicht weiblich. Wenn man so was einfaches findet, gleich auf den ersten Blick, dann muss man nicht mehr so viel suchen. Und in den anderen Elementen, Einwanderungen, okay. Ich weiß, dass der Name ist richtig. Hier ist richtig. Da sieht gut aus. So, der ist leider abgelaufen. Das sehe ich. Natürlich ist es wieder ein Schreibfehler. Die schreiben sehr schlechte, aber den... Amis oder soll man die da darstellen sollen? 61 stimmt. 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 Mal in die Region gucken. Ach, der ist falsch geschrieben. Der ist falsch geschrieben. Weiß ja nix. Kannst du ja erstmal klären. Wenn es ein Schreibfehler war, wird es sicherlich aufklären. So, wir haben jetzt eine Verbesserung in der Kabine. Nämlich... Nämlich Leertaste für den Prüfmodus. Ja, auch für 5. Hoffen wir, dass das... Komisch, dass ich... ... jeder selber kaufen muss. Und der Starter echt kein Geld für übrig hat. Naja. Ansonsten wird es noch allen gut. Ziehen los in Tag 6. 28. Nummer 1982. Immer weniger Arbeitsplätze. Einveränder nehmen Einheimischen die Arbeit weg. Was wird hier denn für ein Propagandat verbreitet? Winston Estrade in Christine verhaftet. Starläufer wahrscheinlich Täter. Wer hat ihn gefunden? So, jetzt kommen wir hiermit. Nämlich Taste ganz einfach switchen. Das ist sehr praktisch. Ah, Inspektor. Das Ministerium für Arbeit hat ein Sonderprogramm zur Kontrolle der Werktätigkeit von Immigranten aufgelegt. Personen, die zwecks Aufnahme einer Werktätigkeit einreisen wollen, haben einen gültigen Arbeitsausweis vorzulegen. Es lebe Astotzka. Das ist auch noch ein Arbeitsausweis, der natürlich nochmal wiederum diese Segel alle haben kann. Ich sag euch, das ist kein Spaß. Also doch, Spaß irgendwie schon, aber hart. Es ist hart. Sehr hart. Und das ist noch die Spitze des Eisberges. Okay, ansonsten, alles gleich. Mal sehen. Da kommen jetzt so viele Fälle hinzu, die man jetzt einzeln berücksichtigen muss. Er kommt gleich für Arbeit. Steht auch da einen Monat. Weil es der Ausweis hatte. Verkehr. Und... Tötig ist das Siegel auch. Okay. Dann der Rest. Nermin. Ja, ja. Alles klar. Hat zwar eine andere Frisur mittlerweile. Aber halt kein Problem. Zu arbeiten ist sie hier. Sechste Monate. Ach, schon wieder so eine. So. Aber stimmt. Das stimmt. Aber stimmt. Siegel scheinen auch zu stimmen. Ob die... Habe ich jetzt noch ein schlechtes Gefühl bei der, aber... Hilfen Sie euch hier. Ein Mann namens Dari Ludum hat mir und meiner Schwester Arbeit in der Sosca versprochen. Ich fürchte, er nimmt den Pass weg und zwingt mich auf den Strich zu gehen. Er ist heute in der Stange. Bitte tun Sie etwas. Ah, soll ich ihn festnehmen? Besuch 90 Tage. Stimmt. Stimmt. Ames. Falsch. Ikaida. Zeig mir nochmal, dass du einen Namen geändert hast. Kein Adias bekannt. Ne, ich versneide ich sie jetzt nicht. Ich schicke sie weg. Ich schicke sie weg. Zwei Tage. Hm-mm. Der ist abgelaufen. Oh nein. Unhübsche Frau. Und ich muss sie eben abbeißen. Hey, das tut mir leid. Ach, unser Freund wieder. Kostawa. Jori heißt er also. Ja, sorry. Jori, du kommst aber immer sechs Tage zu spät. Du brauchst, äh... Einreise-Denehmigung. Das ist ein echter Scherzgeks, sagt er. Ach, Jori. Mein lieber Schoddy, meinst du wirklich ernst hier an der Grenze. Ist doch gut so, dass du deine Arbeit so gut machst. Ich hol mir nochmal so ein Einreise-Ding und dann komm ich wieder. Alles klar. Arbeit, sagt sie. Arbeitszeugnis hat sie auch. Eine Künste. Ist das das? Ja. Gut. Stimmt. Namen stimmt. Monate stimmt auch. So. So lange gewöhnt, dass sie der Taster für den Beprüfer-Modus zu benutzen. Sparen wir ein bisschen Zeit. Ach, das ist doch er hier. Moment. Es nehmen. Ach so, die Scheiße ist dann jetzt rück sofort meine Kappe wieder raus. Nö. Ohne, du brauchst aber noch einen Pass. Erst nachfragen muss. Bestimmt Panzer heißt der Mann. E. coli-Panzer. Das Ding ist, wenn ich einen Fehler gefunden habe, ist meistens kein zweiter drin. Habe ich die Erfahrung gemacht. Habe ich die Erfahrung gemacht. Heutzutage war es wirklich nur eine Sache, wenn man die gefunden hat, war man meistens schon auf der Sicherheitsseite. Einwanderung. Einwanderung. Habe ich dennoch rechtzeitig gemacht. Da steht aber ein anderer Name, oder? Ist das ein O? Ne, alles gut. Entschuldigung, die Dings benutzt. Ich will auch die Leertaste benutzen. Der sieht aber anders aus jetzt. Sich operieren lassen. Ja, nee, ist klar. Ah. Nein. Pff. Ei, 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 ei. Ah, 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 ah.